Was passiert, wenn ich meine Augen unter dem Augenlaser bewege? Wir haben ein videounterstütztes System, den sogenannten Eye Tracker. Dieser verfolgt ihre Augenbewegungen, damit die Operation, damit die Korrektur optimal verlaufen kann. Ist die Augenbewegung zu groß, wird die Behandlung abgebrochen. Die Laserpulse werden gezählt und erst wenn der Patient nochmals fixiert, wird die Operation, die Behandlung weiter fortgesetzt, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.